Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu MeinGwebWanty und du bringst das ganz schön wieder dahin, wo du es herst. Ne, ich wollte dir mal was zeigen und zwar haben wir diesmal heute in diesem Part ein kleines Projekt, das wir starten. Und zwar hier runter. Ja, hier runter war ja der Anfang. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns so eine kleine Brücke bauen darüber. Wir können auch einfach außen rum gehen. Ja, aber so eine Brücke ist ja auch... Ich würde das Feld hier ja wahrscheinlich eh mal ein bisschen abgreifen. Hier kommt keine Brücke hin, das ist gerade die schöne Bucht, das sieht dann scheiß aus mit Brücke. Gut, dann haben wir das Projekt nicht. Dann machen wir einen Weg hier lang. Willst du hier außen rum echt einen Weg machen oder wie würdest du das machen? Guck mal, ich würde von hier hinten... Hier hinten haben wir ja auch einen Weg, von hier aus würde ich dann hier so einen Weg abzweigen lassen, da so rum. Kennst du das hier schon? Was denn? Schau mal her. Seht mein Pferd ab. Okay, ich zeig dir jetzt was Geheimes. Das war eigentlich nicht geplant, aber mittlerweile kennst du eh schon alle. Okay, ich kenn's nicht. Gut. Was ist denn das? Hier bauen ich und schizzle momentan was schönes drinnen. Ah, da gab's noch weiter. Okay, was wird das? Wird das so eine Antikirche? Weil das genau unter der Kirche ist? Wir brauchen erstmal viel Quarz, aber das ist alles so viel Quarz. Das kenn ich gar nicht. Nee, das hat auch noch... Das sollte auch eigentlich keiner finden, aber... Ja, ich komm wieder hoch. Mein Pferd läuft weg. Es läuft wieder in den Käfig. Hier ist auch dieser schräge, umgefallene... Oh, jetzt hab ich Holz benutzen, um das zu machen. Das sieht ja auch fantastisch aus. Sehr schön. Ähm... Ja, aber bevor wir jetzt wieder gar nichts machen in der Folge, würde ich mal sagen, suchen wir uns ein kleines Projekt raus, das wir machen. Ja, mach doch. Guck mal, Ponyreiten, ich führe dich! Das geht? Ist ja auch cool. Ja, ich hab dich doch an der Leine. Dann komm jetzt mal, lass uns mal irgendwie nach in die Richtung oder so. Du kannst doch immer zusammenbleiben. Führe mich! Oh nee, ich hab dich an der Leine. Kannst du dein Pferd mitnehmen. Ey, voll praktisch eigentlich. Ja. Ähm... Ja, ich weiß nicht. Zu dem Haus hier, das ist irgendwie alles blöd verbunden. Wir müssten hier eigentlich total... Ich sag ja, von hier lang. Ich fang jetzt die Pferde erst mal ganz kurz weg. Abs. Ah, die Wüste, da will ich auch gar nicht bauen. Oh, Ferdie. Ferdinand! Komm mit, ich hab was Gutes. Ja, ich will nur keine Leine verlieren. Ich hab davon nicht so viel. Ich hatte nur ein paar Schleimbälle. Spring rüber. Spring mal weg. Dann bleiben die zusammen, dann erkennen wir die wieder. Wir erkennen die das sowieso wieder. Nee, die sehen alle gleich aus. Ja. Garantiert. Okay, wir kommen ins Stadtzentrum jetzt. Ja. Ich komme. So. Gut, weil ich hab das Gefühl in den letzten Folgen ist irgendwie nichts großes vom Bauen her passiert. Deswegen hab ich mal eine Idee. Wir gehen mal hier lang. Wir bauen keine Brücke. Aber hier hinten ist auch ultra viel Platz. Hier ist noch eine Fläche. Hier können wir auch... Hier könnten wir die Bank zum Beispiel bauen. Hier ist... Das ist richtig klein irgendwie, oder? Aber es ist jetzt schön mittig. Das ist echt. Dann machen wir hier noch an der Seite. Verstehst du ein bisschen weg? Stimmt. Und dann... Das wäre richtig zentral irgendwie. Hier ist kein Weg. Es ist nur ein Loch gewesen. Noch so, dass es natürlich aussieht. So. Dann bauen wir hier eine Bank hin. Ich finde die Idee mit dem Geld nämlich immer noch gut. Ja, gut. Machen wir eine Bank. Fantastisch. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal ein bisschen Platz gemacht. Hä. 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 Die Laterne könnten wir weg machen. Dann machen wir die woanders hin. Äh. Ein Weg hab ich schon mal... Wo soll... Wo soll das sein? Das ist ja hier so eigentlich, ne? So. Ja, lass mich das machen. Oder mach du. So. Mit der Hand wegmachen. Ja. Meine Hand tut so will. Das ist so brutal. Dann geben wir einfach jedem ein bisschen Geld aus. Am Anfang. Und so ein bisschen Umlauf kommt. So. Gut. Und dann ist hier der Eingang würde ich sagen. Irgendwie so. Vielleicht noch einen weiter nach hinten. Da kann man auch sehen, was man macht. Ja. Baust du das dann? Die Bank? Ja. Oder wer baut? Äh. Die beide. Alleine mach ich das ganz bestimmt nicht. Alter, wie viele Kaninchen? Wer hat denn hier noch viele Kaninchen? Ein Stein? Äh. Aus was bauen wir denn? Wollen wir aus Clean Stone vielleicht? Und dann mit so ein Dollarzeichen? Ja. Das wäre eine gute Idee. Okay. Dann... Lass uns mal clean machen. Okay. Clean Stone. Also nicht Clean Stone, sondern so wie das hier. Wie halt... Also aus diesen Stein. Warte. Ja. Genau. Aber halt auch mit Clean Stone an den Seiten. Ich hab da schon eine coole Idee. Okay. Aber halt nicht so ein normales Haus, sondern eher so... Was was sicher wirkt. Okay. Wenn du meinst. Können wir auch so... Können wir auch so Tresore machen? Für was brauchst du mich dann? Haben wir noch Stein? Soll ich Stein farmen? Wir haben genug Stein, wir müssen da schmelzen. Okay. Haben wir noch genug Kohle? Clean... Warte, ich muss mal irgendwie ähm... Ich muss mal... Ich muss mal loswerden den ganzen Schmassen. Ja, ich muss grad auch ganz viel aussortieren. Nehm ich rote Wolle. Nicht Stacks. Ähm, 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 ähm. Wir einfach... Was wir einfach alles haben, ne? Hier, guck dir das mal an. Wie viel Stacks Federn. Ja, das waren meine Hühnchen vorhin. Hühnchen! Oh, ich schwör dir, ich hasse Sortieren über alles. Geht. Wir haben noch, äh, drei sogar davon. Bricks. Okay, und wir brauchen wirklich mal wieder Kohles, ne? Wichtige Sache. Okay, dann mach du mal... Alles in die Öfen rein und ich mach solange hier... Mir noch eine neue Rüstung, weil ich hab wirklich nur noch ein Oberteil, das schon fast kaputt ist. Ja, ist okay. So. So, meine Freunde. Oh, wir haben so viel Gold. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Lass das Gold, Gold sein. Das brauch ich für die Pferde und alles. Das hab ich gefarmt. Ne, ich nehm nur fünf raus. Okay, für was brauchst du die? Also Gold und Sohn findet man zu oft, das find ich auch. Dann nehmen wir am besten Creeper-Köpfe oder so, weißt du? Ja. So, guck. Hm? Okay. Ich bin ne Krone. Ich bin ich König. Bevor ja grad ein bisschen die Öfen... Wir haben doch eigentlich noch genug Kohle. Also es geht. Geht. Wir haben locker... zig... Reicht. Hier sind Kohleblöcke. Und hier haben wir Probleme mit Kohle. Dann packe ich hier die Kohleblöcke rein, die Hälfte. Ja, mach ich auch gerade. Joa. Genass, ne? Ich würd sagen, läuft. Unser Haus ist irgendwie auch so... Ganz komisches Ding. Ding. Aber ich mags. Mir gefällts. Mir eigentlich auch. Ich weiß noch, zuerst war es so ne unirdische Höhle. Jetzt ist es hier so ein... Keine Ahnung. So ein Eingang einfach geworden. Keine Ahnung, ja. So ein Eingang. Irgendwie so komisch. Aber ich weiß noch eins. Komm mit. Komm mit. Wenn du hier... Warte mal. Geht das? Ah, da. Wenn du hier... Warte mal. Hier. Aha. Ja. Weißt du, ob ich da runtergefallen bin? Das erste Mal? Ja, ich weiß noch. Oh, wie mies. Leute, weg geht diesen Gang noch. Schreibt sie... Nein, okay. Schreibt sie in die Kommentare, Leute. Das ist wirklich äußerst... Wichtig. Das ist einfach heftig, weißt du. Ich kann mich kaum halten. Oh, yeah. Wir müssen einfach steaksweise Redstone-Blöcke haben. Da können wir ja glatt schon draus bauen. Nee, ich bin so hässlich. Obwohl einen Teppich oder so kann man draus bauen. Immer wenn du drauf trittst, dann leuchtet das. Kann man in der Bank machen. Ja. So einen kleinen... So einen kleinen roten Teppich. Das ist irgendwie süß, ja. Obwohl, da können wir auch was rote Wolle. Weißt du was? Ich geh mal... Haben wir Eisen? Wir haben noch Schafe noch da hinten irgendwo. Ich hab ein bisschen Eisen da reingepackt, ja. Ich geh mal rote Wolle fahren. Hast du auch rote Schafe? Wir haben sogar nur rote da hinten. Okay. Allgemein hätte ich vielleicht mal Schafe irgendwo näher gemacht. Also auf jeden Fall mehr größer. Dass die was größeres haben als so ein kleines Ding. Weil da können die sich irgendwie schlecht regenerieren. Mit der Wolle. Ja, die brauchen dafür halt auch viel Gras. Oh, sie ist kaputt gegangen. Was ist kaputt gegangen? Sie haben keine Schafe mehr. Sag mal, wo ist eigentlich mein Esel? Was soll ich das wissen? Mein Esel stand hier im Haus drin. Ich hab den mit hochgebracht gehabt. Esel? Esel, nee. Esel. Ich mein, ich tüchte sie aber. Esel. Esel. Ist deine Scheune eigentlich komplett fertig? Oh, er ist wieder nach unten gekommen. Wie süß. Ist deine Scheune eigentlich komplett fertig dann? Ja, eigentlich schon, oder? Gut, dann mach ich mal noch den letzten Feinschliff. An, an dem, am Dach. Ja, stimmt, das Dach ist noch nicht fertig. Noch nicht ganz fertig. Ja, diese Dachschränke, verstehst? Ja, braves Eselchen. Ich hab mein Eselchen. Oh! Du bist so dumm. Nein, hier ist ein Creeper explodiert. Ich bin nicht dumm, aber... Wie sich Banzi eigentlich verändert hat schon. Ist richtig gigantisch, wenn man es so sieht. Wieso? Ja, was am Anfang war einfach nichts da. Guck mal, was jetzt ist. Nehmen wir ein paar Clean Stones raus. Ja, ich hab schon was gemacht. Ich hab schon Dings gemacht, ein bisschen. Guck mal. Hier, das hab ich, das hab ich, und das hab ich schon für dich. Ja, ich brauch nicht so viel jetzt erstmal. Ich will erstmal... Brauchst du auch Kingstone an sich? Ja, kannst du mal, haben wir, haben wir Koppel auch noch, ein bisschen. Ja, ich hab noch viel in der Hand auch. Ja, und dann nimm du auch einfach mal, nimm das einfach mal da hinten mit. Mach dann was draus. Okay. Die kriegen da schon mal schönes hin, Dani. Ich hoffe es. Okay. Dass du aber sowas nicht allein bauen kannst. Dass ich jetzt in der Zeit was anderes machen könnte. Hä? Du willst, du willst auch eine Bank haben? Ja, oder würde ich die auch bauen? Ja, wir bauen die doch zusammen. Ja, ich hasse sowas. Zusammen bauen das nicht so weit. Wem kommt eigentlich das Haus hier? Das ist voll hässlich. Also nicht gegen jemanden, der das Haus gehört hat. Aber wir wollen nie weiter gebaut. Kann auch sein, dass es jemand ist, der nicht mehr drauf durfte wegen IT erstmal. Jetzt gibt es wieder mir die Schuld. Hat man ja in der letzten Folge gemerkt, dass wir am liebsten alle immer runter haben. Vor allem die Ablaufstopfer hast du. Die hast du einfach. Die sind momentan gar nicht drauf, das weißt du schon, ne? Weil ich sie wegen dir runternehmen musste. Ja, jetzt sagst du wieder, ich bin schuld. Ja, bist du ja auch. Oh, ich hab jetzt viel mehr Hähnchen. Aha. Interessant. Aha. Aha. Okay. Aha. Aha. Okay. Aha. Okay. Du hast gar keine Ahnung, wie man baut, oder? Nein. Ich würde... Kannst du das mal ein bisschen nach hinten noch versetzen ein? Ja, das darf ich jetzt wieder machen. Wie soll ich das bitte nach hinten versetzen, wenn du gleich wieder was ran... Achso, du brauchst es... Okay. Ja, ich hab's abgebaut. Okay. Ja, ich hab's abgebaut. Warte, ich hab's abgebaut. Warte, ich hab's abgebaut. Ich hab noch ein paar. Ich hab noch was ich abgebaut habe. Geh weg, ich will's machen. Ja, mach du mal weiter. Zwei hoch hattest du's, ja? Ne, ah, hattest du. Hä, warum geht das nicht? Das ist nur der Eingang. Ich kann das Ding nicht draufsetzen. Äh... Naja, du musst nach hinten springen. Äh... Weil du... Du kannst ja nicht in mich reinbauen. Äh... Weißt du, man macht's einfach auf Dani-Art, ne? Dani-Art ist voll... Okay. Okay. So kann ich da hoch. Ist voll easy. Und jetzt? Geh mal hoch. Äh... Äh... Oh Gott. Was? Das ist falsch gemacht. Sch... Immer warst du alles falsch. Ops. So, ist der Eingang ungefähr? Bisschen mickrig, oder? Du kannst den Eingang ja größer machen, wenn du möchtest. Willst du noch... Willst du den ein bisschen höher machen? Warte mal, ich möchte mal was... Warte, das sieht doof aus. Ich möchte mal was eigenes ausprobieren, ganz kurz. Ah, die hier hab ich nur gemacht zum Hochstecken. Und dann. So... Äh... Bisschen. Wie groß sollen die Bank eigentlich deine Meinung nach werden? Von wo bis wo? Hm... Ja, schon so von hier... Oder... Ja, hier hast du jetzt gemacht. Ich würd' hier noch ein bisschen weiter weg machen, nach hinten, aber egal. Dann mach mal hinten frei. Dann mach mal hinten frei. Aber es muss auch nicht so eine große werden eigentlich, oder? Nee, dann mach einfach hinten frei. Dann regele ich das. Was heißt, ich regele das? Ich mach... Ich regele doch schon! Ich-Mannsein! Könnt' man auch eher diese... Weißen Scheiben, also weiß gefärbte Scheiben, gebrauchen. Ja, das geht auch. Die Leute haben jetzt wieder gar keine Ahnung, wie ich baue. Weil ich immer so speziell bin. Du bist immer speziell, nicht nur beim Bauen. Du bist ein ganz spezieller Junge. Du bist so richtig schlecht gelacht. So richtig schlecht gelacht. Es war so richtig... Gleich schreit er mich wahrscheinlich wieder an, dass sie denn natürlich ist! Ja, das kann man noch ausgleichen später. Später, später, später. Immer mit den Fallen. haben wir clean stone ja nicht verarbeitet ist nicht zu diesem blöd in den öfen und hier das und das perfekt ja siehst du ich denke auch mit ich finde das portal könnte man auch mal wieder irgendwann schöner machen aber es ist jetzt nicht gerade unsere aufgabe in dem moment das ist wahr das ist eine wahre aussage ja ich hab was wahres gesagt ja 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 mal gucken wie der style vom haus zu werden soll ja 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 da könnte ich schon so warte mal haben wir hier noch mit ja das so ein bisschen höher da könntest du schon mal so ich denke du weißt wie es werden soll nö halb nö ich bin da nie ich bin da als clean stone aber ich würde sagen hier ist die folge auch wieder zu ende also vielen dank bis zu sehen und das geht in der nächsten folge garantiert nicht weiter doch geht weiter bis dann ciao 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 Vielen Dank.